Hallo, mein Name ist Florian Gleiber. Ich bin der Vertriebsleiter von Pförch im Süden. Ich und mein Team suchen engagierte und motivierte Nachwuchsführungskräfte für unser Team im Süden Deutschlands. Wenn Sie gerne mit Menschen arbeiten, gemeinsam Projekte im Team umsetzen und dazu produktaffin sind, um den Torschutz perfekt zu machen, dann freue ich mich auf Ihre Bewerbung.